willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten und ihr seht mich hier heute auf dem rathaus 8 das hat eine besonderheit den werde ich aber erst mal eben angreifen einmal mit einem klassischen grock und ihr habt ja im thumbnail gesehen und auch im titel gesehen ich muss heute so ein bisschen meine kanalpunkte mal abclashen was das genau oder was damit eigentlich auf sich hat das ist ganz schön schwierig weil hier ein drache ist das ist ganz schön schwierig weil da ein drache ist ist eigentlich folgendes es gibt ja auf twitch so genannte kanalpunkte die ich da immer verteile beziehungsweise das ist eigentlich eine sache von ja das ist eigentlich die twitch eigene sache also da kann ich ich kann da relativ wenig stellen man oder man hat schon eine gewisse stellmöglichkeit aber es gibt dort auch sachen da habe ich keinen einfluss drauf und ihr könnt euch da meine emojis verunstalten oder oder auch als nicht abonnent euch emojis verdienen durch einfaches zusehen das heißt also dass es letztendlich ist es eine sache wo der zuschauer so ein bisschen fürs zuschauen auch belohnt werden kann wenn man das dann belohnung nennen kann und dort ich muss mich mal eben mal etwas konzentrieren eben mal etwas konzentrieren so und dann haben wir da auch noch ein oder das ist ein bisschen doof da müssen wir hier die die lakies am am punkt setzen glaube ich und hier haben wir noch was okay haben aber glaube ich ganz gut geritten hier mit den hawks klappt das immer ganz gut und dort gibt es halt ein paar gut ist und es gibt es gibt auch es gibt sogar dorf besucher ich glaube für schlappe 5000 punkte kann man sich auch ein dorf besuch wünschen das sind aber sachen das werdet ihr gleich sehen die kann ich machen die muss ich nicht machen das heißt also für ich glaube 2000 punkte oder so kann man einen armee vorschlag machen dann greife ich an mit der armee wenn wir denn ganz normal clashen sowie mittwochs gibt es eigentlich den mit clash und freitag samstags gibt es wenn wir nichts offizielles haben dann kann man das schon machen und ich bin so ganz normal mit meinen accounts unterwegs fahren wir so ein bisschen hier und da und dann kann man die dann kann ich das abarbeiten ich kann es machen ich muss es nicht ja das ist natürlich von mir angeboten aber ich habe die kanal punkte die es zusätzlich gibt zu den standard punkten also für geguckte minuten für abonnieren abonnenten kriegen sowieso doppelte punkte ist es dort habe ich noch extra punkte eingerichtet das ist einmal der dorf besuch das ist einmal der angriff ich glaube mit dem mit der speziellen armee 2000 punkte ich glaube mit der dorf besuch 5000 punkte im moment und in meine friends list beim rathaus 13 eine woche oder ein bisschen länger ich gucke da nie so genau hin das kostet 8000 punkte und irgendwo habe ich das punktesystem ja habe ich habe es ja mal eingerichtet also muss ich es auch abarbeiten aber die abarbeitung fällt manchmal ganz schwer denn zu den offiziellen sachen oder wenn wir mal in einem klankrieg sind oder machen halt irgendwie ein turnier oder was auch immer dann habe ich die punkte immer aus das heißt also dort könnt ihr natürlich punkte ansammeln aber ich habe dann meine eigenen punkte aus und die default sachen also emoji bearbeiten text hervorheben und sowas das ist das ist eigentlich immer default an aber das sind auch sachen da muss ich dann nichts tun wenn ihr darauf reagiert beziehungsweise wenn ich in gehighlighten text hier dann lese ich den in der regel auch auch vor weil ich ihn sehe ich sehe aber auch alle anderen texte so ist es nicht aber so sieht so sieht man den noch mal ein bisschen besser und mit den eigenen kanal punkten ist es ist es eigentlich tatsächlich so dass ich die an und ausschalten kann und das mache ich dann auch also wenn wir was weiß ich hcwl spielen oder gml oder was auch immer dann habe ich die punkte nicht an dann sammelt ihr halt punkte aber sie ihr könnt halt die masse der punkte nicht ausgeben so muss man es ganz klar sagen aber ich habe eine armee hier das name vorschlag ich blende euch das mal kurz ein ich muss mir das selber mal gerade noch mal angucken wie viel das ist also ich sehe das so ein bisschen so als als menü bzw als menüpunkt bei mir also so in etwa ist das das ist so eine tabellarische auflistung ein gehockt bitte mit frei ok ein golem sieben walks sechs magier fünf mauerbrecher reshocks ein wut mit zwei heil in der clan book bowler mit gift muss kriegen aber bitte mit gegner cb da habe ich natürlich es gibt sachen da habe ich keinen einfluss drauf weil wenn ich jetzt gleich ein gegner suchen dann weiß ich nicht ob der cb hat der jetzige hatte eine hätte ich schon eingelöst allerdings nügen der sich das hier gewünscht hat der da die kanalpunkte auch ausgibt ihr seht das hier als abgeschlossen kann ich das markieren dann sind seine punkte weg hat er so ausgegeben wenn ich aber auf abbrechen gehe dann behält er natürlich auch seine punkte wie gesagt das ist das sind alles sachen die kann ich machen muss sie aber nicht machen aber ich wollte sie einfach mal machen denn ich habe es ja auch eingerichtet und dann ist es auch fair aber der zeitpunkt sei mir dann gegolten also wenn ich dann abends mit dem rathaus 13 irgendwo farme und ich kriege so einen vorschlag rein kein thema dann mache ich das dafür habe ich so aufgebaut dafür habe habe ich das ja aufgebaut und es gibt ja schon ein paar skurrile armeen die kann ich gar nicht das wissen meine zuschauer auch und dann kommen die natürlich mit irgendwelchen wilden sachen wo ich immer denke ach du scheiße aber ich mache es dann ich gebe mir dann auch mal große mühe aber erst mal kurzer weg hier für den king und dann muss ich mir die clan book noch mal befüllen lassen und dann machen wir mal einen angriff exakt mit der armee die der nügen sich hier gewünscht hat also ein golem 7 wahlküren ich habe 14 hocks noch ein bekommen 6 magier ok ich bin mal echt gespannt ich habe in 6 magier immer sehr sehr wenig 5 mauerbrecher und ich habe noch mal 4 clean up bogies dabei 2 heil ein gut ein gift jetzt kommt da gleich noch ein baule rein oder ein paar baule und ein gift zauber und dann machen wir noch klar ich arbeite die punkte heute mal ab ok freunde meine armee ist red ich habe nur noch nicht gefordert ich muss mal eben gucken ich habe das mit dem alex hier mit nicht mit dem alex sondern mit dem schief hier aufgebaut 1 2 3 4 1 so passt das wo die burcht jetzt auch noch mal nach denn der schief ist hier so ein bisschen mein bowlergeber so einmal da einmal da tschuldig bitte und einmal da dann kann ich das wieder weg legen und dann können wir hier angreifen ich brauche hier nicht lange zur gegner suchen das geht immer relativ zügig aber es steht natürlich auch nicht drin du musst jetzt ein radhaus 10 angreifen oder sowas also so ganz utopische sachen braucht braucht man da dann auch nicht reinschreiben sondern das ist schon so ein bisschen im rahmen bleiben aber ich weiß halt nie genau was ist jetzt abgefahren und was nicht abgefahren ich weiß ja nicht ob der hier jetzt eine base hat aber hat eine liga das heißt also ich gehe davon aus er war in den letzten tagen aktiv ob er jetzt wirklich ob er da was drin hat weiß ich nicht wir können wir können mal mit einem hockweiler gucken er hat eine klanburg okay alles klar scheiße schüssel egal er hat eine klanburg und die werden wir eliminieren die werden wir eliminieren müssen mit vermutlich viel gift und auch selber zwei walküren würde ich sagen nehmen wir hier mal mit rein ein paar mauerbrecher na komm 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 ja wunderbar die gehen da auch gut rein aber mein fang ist noch jetzt noch nicht ganz so gut ich denke mal dass er die walküren hier noch ein bisschen mit rein gehen soll ich lass mal ich zünde mal den king und nehme jetzt mal hier meine bowler in der hoffnung die gehen jetzt damit rein die ich wollte gerade sagen die schnitten nee die mauer die walküren gehen jetzt schon mal rein und schnitzen alles kaputt der golem ist mit dabei ja sieht doch gut aus man sieht ganz gut aus dass auch er eine armee die baue ich nicht die baue ich nicht also ja ich habe ich habe sie jetzt einmal gebaut ich habe jetzt so 13 hocks da hinten habe ich ein king mein king sollte möglichst überleben das wäre gar nicht mal so schlecht deswegen schicken wir hier außen die hocks die jetzt schon mal so richtig schön wegballern ja geil toto echt super okay dann immer hier den einzigen heil den wir haben und wir können glaube ich dann hier unsere lakain nehmen danke luftbombe da einmal die luftbombe dort und die die paar hocks dann nehmen wir in jedem fall weil die hocks werden jetzt gleich richtung richtung king kommen dann nehmen wir in jedem fall den king noch mal so ein bisschen in gift und meine vier bogies haben auch ihre daseinsberechtigung 1 2 3 4 wunderbar ist ja öfter mal so hast du vier bauhütten vier ecken vier bauhütten und hier unten haben die auch eben mal den king zerprügelt ja wunderbar abgearbeitet abgearbeitet kanalpunkte sind weg ich hoffe du guckst es wieder hoch und dann gehen wir gehen wir gleich mal zum nächsten vorschlag ich baue die armee jetzt aber mal exakt nach und da kann man ja ein mit üben das ist auch gar gar nicht mal so schlecht für den ck ich meine der hatte jetzt kleinburg das passte und die war jetzt auch nicht schlechter war eine hexe glaube ich drin aber kürer muss halt ein bisschen schneller sein beim truppen raussetzen sonst geht ihr natürlich alles flöten und der golem guck mal selbst mein golem war sieht man jetzt noch gerade so selbst mal golem hat hat das ganze überlebt und wunderbar dann habe ich die challenge auch gemacht was habe ich hier denn eigentlich noch offen ein bisschen mehr zerstörung an mauern okay oder an gebäuden glaube ich ist es naja das kriegen wir hin aber wir gucken uns mal gerade den nächsten zettel an wartet mal so der nächste zettel wenn nicht nicht der nächste zettel sondern die nächste anforderung mit jeti angreifen bitte der edward hedge 168 blackbarth okay mit jetis angreifen ist natürlich das kannst du ab da wo deine klaren durch mindestens ein jeti rein bekommt also eigentlich ab rathaus 7 denn 18 platz nimmt ein jeti ein und ab rathaus 7 hast du 20er klarenburg oder sogar ab rathaus 6 glaube ich schon ab rathaus 6 glaube ich ja schon das 20er klarenburg und aber ich denke er meint sicherlich was anderes also wenn er dann noch steht ja mit rathaus 11 mit rathaus 5 bei manchen sachen ist ganz klar da steht dann drin jeti blimp 22 jetis walküre und barbaren dann weiß ich das kann nur ein rathaus 13 sein weil nur der das aufnehmen kann aber ich switche jetzt mal auf einmal account der hat so ganz zufällig jetis da und wir arbeiten wir clashen unsere kanalpunkte ab ok freunde ich habe jetzt schon gegner gesucht weil die gegner suchen ein bisschen dauert aber ich habe ja ich habe ich habe jetis am start also blackbar deine punkte sind weg und ich habe den gegner allerdings nicht ganz so stark gewählt denn ich habe auch gar nicht bedacht dass mein worden im ausbau ist also beim rathaus 12 baut der worden der wird auch geradezu zur liga fertig und da habe ich jetzt nicht so viel hellen und ich wollte jetzt auch nicht ein rathaus angreifen wo noch die mega bombe dann runter kommt oder der giga tesla als bombe noch runter kommt deswegen habe ich mir dieses dorf hier gewählt und wir nehmen außen die werkstatt mit hier bei den drei statuern ok bei den drei statuern hier können wir eigentlich so ein jeti mal reinsetzen also effektiv sind die jetis wirklich nur wenn sie beschuss kriegen weil dann erst die mainz rauskommen also die mini-jetis und mal gucken dass das ist cool dass der da so ein bisschen troll geschichten hat das ist sehr sehr gut leute so dann können wir hier zwei jetis zwei da dann immer noch und wir nehmen jetzt die ganze masse die ganze die ganze masse der eisgule mc rein helden hier mit hin junge 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 kommen 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 so da geht das schon mal da dabei und jetzt kommen schon die ersten infernos da aber der adler kann ja nicht mal jetzt aufhören zu ballern meine karre geht aber noch ganz gut durch okay wir nehmen hin dass parte der sprung hätte wieder besser sein können der sprung hätte wieder ein bisschen besser sein können an der stelle aber der stern ist ja schon mal da so muss man zu sagen aber ich habe hier auch noch so eine kleine aufgabe zu erfüllen und wo gehen die die maizen ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein da ist die sprudelfalle gerade also die quellfalle und tornado verleihe ich weiß es jetzt also da müssen wir aber eben mal frosteln die queen zünden wir da mal dass da nicht ganz so viel die fenster der kinder abhaut das machte auch wunderbar so wo kann man denn jetzt eigentlich noch was tun also wie gesagt die jetis die brauchen eigentlich immer so ein bisschen ja wie soll man sagen die brauchen ein bisschen feuer damit die meister rauskommen denn nur wenn sie beschuss bekommen kommen die da raus und glaube ich zumindest so ist das wenn sie schaden nehmen okay hier hinten ist mein lakai dabei der hat ja eigentlich noch was im beutel hier der hat eigentlich noch was im beutel das kommt jetzt aber nicht raus weil er jetzt gerade keinen schaden bekommt und wenn die jetzt nach zur anderen seite gehen vielleicht geht er zur anderen seite geht mal nach nach da ne die gehen nicht aber jetzt geht der ok der geht jetzt alleine nach da weil die queen meint sie müsste erst den bombentor machen naja ok ein schuss und weg dann müssten wir mal mal gucken wir nehmen den ruhig in wut mal sehen wie viel wie viel der jetzt noch packt die queen ist ja auch noch dahinter dann nehmen wir beide noch mal in wut so beide in wut und kommt ja doch da kommen jetzt noch so ein paar raus also man kann das schon ganz gut erkennen ob noch welche da sind oder nicht die machen die machen das ding ja auch noch kommen 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 aber schaffe ich nicht ganz okay schade wir ja ist egal aber man sieht das schon sehr sehr gut wenn die beutel nämlich hinten leer sind da machen die nur noch schaden und die mails kommen nicht mehr raus ich kenne den deutschen begriff gar nicht von den kleinen dingern ist aber nicht so schlimm okay war ein time fail ist aber nicht ganz so tragisch der loot passt in jedem fall und abgearbeitet einfach mal abgearbeitet dankeschön die brauche ich auch noch mal nach denn mit der armee bin ich eigentlich im moment gerade unterwegs aber ihr seht ihr habt ich habe zwei davon auch gebaut das liegt einfach an den spenden 266 warte mal was geht denn da noch rein okay so war das 280 ja dann machen wir das so weil ich so ein bisschen immer vorbau für unsere etiblims okay ich hoffe das war ganz war war mal ein bisschen was anderes also hier müssen wir auch oder ich muss ein bisschen die punkte abbauen die beiden habe ich jetzt abgebaut wenn ihr sowas auch wollt kommt einfach in die livestreams rein so einfach ist das und baut eure punkte auf ich arbeite sie dann in welcher form auch immer ab ich hoffe das hat euch ganz gefallen wenn ja dann lasst mir einfach mal ein paar däumchen nach oben da oder auch ein paar däumchen nach unten ist mir eigentlich egal hauptsache guckt das video denn es geht nicht nach daumen hoch oder runter es geht nach views und wer hier rein klickt und mir auch ein scheiß kommentar schreibt und es gibt ja welche die machen sich die mühe und schreiben immer erstellen sich immer neue accounts unter youtube finde ich auch gut und wenigstens einmal rein ist mir viel lieber ihr könnt mich ruhig disliken oder was auch immer das spielt bei youtube überhaupt keine rolle ihr habt rein geführt vielen dank dafür bis dahin ich höre ich auch doch doch klickt